Ich zeige jetzt, wie man Zeichen hochgestellt und tiefgestellt formatieren bzw. eingeben kann. Wenn ich diesen Bereich hier zum Beispiel hochgestellt angezeigt bekommen möchte, markiere ich ihn, gehe auf Format Zeichen, habe jetzt hier mehr Registerkarten und wähle mal den Bereich Hochgestellt. Position hoch, da sieht man schon, dass hier hochgestellt ist. Wenn ich das jetzt hier gerne zum Beispiel niedriggestellt haben wollte, gehe ich auf Format Zeichen, gewinne Registerkarte Position und gebe hier tief ein und habe das hier tiefgestellt.